Musik Hallo Leute, hier ist wieder Sebastian bei KidsTube, der Kanal von Kinder für Kinder. Mal Leute, heute ist wieder meine Woche am Start. So, und wir fangen jetzt sofort mit Montag an. Montag habe ich ein bisschen Hip-Hop-Workdance gemacht und habe ein bisschen rumgedanzt. Und am Dienstag, ja da hatte ich eigentlich nichts vor, aber ich will euch was sagen. Bei der Luca Pizza war Plastik drin, das kam in ein paar Videos, aber ist nicht schlimm. Gustavo ist immer noch, er findet immer noch die besten Pizzen und sowas. Dahin ist das überhaupt kein schlimmes Zeug. Ich habe selber kein Plastik gefunden, also kommt bestimmt selten vor. Aber ist ja nicht mit Absicht gemacht, glaube ich und hoffe ich zumindest. So, am Mittwoch war Halloween. Und da, was ist da denn? Das sind Bilder. Guck mal. Das sind nämlich die Bilder, die wir bei Halloween gemacht haben. Wir hatten eine richtig geile Dekoration. Viel Spaß mit den kleinen Filmen. Herzlich willkommen zu meiner Halloween Party. Das sind die Bilder, die wir bei Halloween gemacht haben. Fahnen das nicht krasse Bilder? Also ich fand sie krass. Ja, und jetzt fangen wir bei Donnerstag an. Donnerstag war ich in der Schule, habe gelernt und mich gelangweilt. Und danach war ich Spinne. Und das ist die Schülerzeitung, wenn ihr nicht wisst. Ja, hat ganz schön Spaß gemacht. Am Freitag habe ich Waveboard gemacht. Habe das schon ein bisschen jetzt besser drauf. Also man muss schon den Dreh raushaben. Also am Anfang habe ich das auch nicht geschafft. Aber Samstag war ich bei Gartentag in der Kita. Also ich habe meiner Mama geholfen. Nicht denken, ich bin jetzt noch in der Kita. Aber ja, ich habe meiner Mama beim Kartentag geholfen. Da mussten wir Laub einsammeln. Und danach war ich beim Kindergeburtstag bei OnStage. Hat Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen tacki-tacki den Tanz gelernt. Und heute ist Sonntag. Habe ein bisschen geschildert. Ja, und habe mich gelangweilt. Gelangweilt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Kein Dislike. Folgt mir auf Musical.ly. Abonniert natürlich auch meinen Kanal. Und auf Instagram sollt ihr mir auch folgen. Und tschüss. Bye, bye. Herzlich Willkommen zu meiner Halloween Party.